Hallöchen Leute, willkommen zu einem wunderschönen zweiten Part von Trine Uncharted Edition, meinem Let's Play dazu. Ich bin Davion, ich würde euch natürlich ganz herzlich zurück begrüßen, ob es alle neuen Abonnenten, alle neuen Zuschauer und nicht Abonnenten zu dieser atemberaubenden, wundervollen 2D Jump'n'Run Abenteuer von den Entwicklern von Frozen Byte. So, fangen wir mal an, machen wir uns weiter in die Akademie. So, was los, Knochel, kommst du hier hoch und willst einen aufs Maul, oder? Gehst du da und mit dem Ritter, der ohne Gnade... Hm, der Ritter ohne Gnade hat dich einfach so platt gemacht, da ist der Nächste. Hallo, mein Freund, was geht? Geht, so, okay, wir brauchen, aha, ich glaube, wir müssen von da oben hin, vermute ich mal, alles klar. Gut, wie kriegen wir dich runter? Ich habe eine Idee, ich versuche mal Pfeil und Bogen, kriegen wir das da runter? So, schießen wir es mal so, nee, das war auch nicht so was, so. Ähm, ähm, ja, genau. So, schaffen wir es so. Nee, das schaffen wir nicht so. Gut, dann müssen wir das anders machen, dann nehmen wir mal den Zauberer, greifen mal und locken die Sachen da runter. Komm, wunderbar. So kann die Stochlaven. So, gut, jetzt müssen wir den Zauberer, brauchen wir erstmal, obwohl ich habe eine Idee. So, erstmal machen wir eine Kiste hier oben. Dann, so, zack, so, schöne Viereck machen und dann schieben wir es da drauf. Wunderbar, dann haben wir in zwei ein bisschen einen Absprung, ha, seht ihr mal, das haben wir doch gradius gelöst. So, okay, das können wir jetzt nichts machen. So, da gehen wir mit dem Räder mal vor. Ah, verdammt, zack, geht doch. Gut, ich glaube, wir müssen irgendwie da runter, aber ich glaube, da müssen wir erstmal nach oben, dass wir da was aufmachen, vermute ich mal. So, boom, in your face. So, nach oben. So, wie komme ich jetzt da hoch? Kann ich das vielleicht so erschießen? Schauen wir mal so. Ah, logisches, oh, verdammt, da gehen wir ganz tief runter. Logisches, oh, das war knapp. So, zack, sehr schön. Und da ist doch der Hebel. Ah, Sesam, öffne dich. Wow, das war unüberlegt. Gut, Fahrstuhl, Fahrstuhl und, ah, verdammt. Okay, da brauche ich wieder den Magier. Genau, habe ich mir fast gedacht, dass das runterfällt. So, was geht? Hast du ein Problem, du hässliches Skelett? Ich hoffe mal nicht. So, da ist schon mal ein Zwischenspeicherpunkt, oder was heißt das? Checkpoint. So, da brauchen wir mal, äh. Oh, das war knapp. Das war hauschaufen knapp. Aber magisch gelöst mit der Diebin. So, zack. Sehr schön. Gut, wie komme ich jetzt hoch? Ach, ja, stimmt ja. So, so komme ich da hoch. Ich vergaß. Ah, 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 das haben wir doch gut gelöst. Ach, hallo. Wow, wow, boom. Hässliche Spinne. So, ich finde es immer noch lustig, dass wir immer noch Amulett des Mana-Gewinns gefunden. Ich finde es ja immer noch lustig, dass mir die manche Steuerungen angezeigt werden. So, jetzt nochmal bitte Checkpoint. So, das reicht hier. Hopp, komm, hoch, hoch mit dir. Sehr schön. Oh, gut, dann doch nicht. So, einmal Magia. Die Brücke runterholen. Oh, 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 oh. Das war gerade unüberlegt. So, das muss man doch anders da machen. Gut, holen wir es hoch. So, reicht es eigentlich, wenn ich das jetzt so mache? So, gut. Lassen wir es mal fallen. Ja, das müsste reichen. Ja, wunderbar. Ah. Checkpoint. Oh, Boss Time. Was geht, ey? Boom, boom. Oh, wow, 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 wow. Ah, ins... Auf den Kopf, glaube ich. Yes. Auf den Kopf. Auf den Kopf. Oh. Ah. Komm. Zack. Was geht? Ich habe die auf den Kopf geschlagen. Ah. So. Sehr schön. Und nochmal. Ah. Und. Das war knapp. So. Hopp. Bam. Aua. Trotzdem gehst du fallen. Tief. So. Komm. Geh sterben. Hä? Gibst du mir keinen Erfahrungspunkt? Drecksack. Komm. Weiter geht's, Ritter. Du dicker, wambliger Obelix. Jo. Ja, nochmal öffnen. So. Stärke der Titan. Für den Ritter gefunden. Und dann. Gut. Dann packen wir einmal den Magier hier. So. Dass das runterkommt. Sehr schön. Hallo. Ich will die Mana. Danke. Okay. Wie kriegen wir jetzt diese Mana? So. Alles klar. Erstmal muss man hier versperren. Kann man da was versperren? Okay. Dann tun wir noch das hier vorne dran. Dass man nicht auf den Senkel geht. Wow. Da hast du es aber lang überlegt. So. Wupp. Sehr schön. Gut. Was haben wir hier noch? Ich glaube da unten haben wir nichts. Aber wie kommen wir da hoch? Reicht das so? Nein. Sie kann nicht greifen. Hm. Das ist blöd. So. Gut. Dann brauchen wir doch nochmal den Zauberer. Den Zauberer. So. Leg mal das bitte da oben hin. So. Sehr schön. Kannst du jetzt greifen? Rein theoretisch? Nein. Kannst du immer noch nicht. Das ist ja immer noch blöd. So. Gut. Dann müssen wir. Opa. Da brauchen wir doch den Zauberer. So. Einmal. Dann eine Kiste. Dann einmal hier hin bitte. Dann noch eine Kiste hier hin bitte. Ähm. Hallo. Mach jetzt keinen Scheißdreck. Was soll die Scheiße? So. Komm. Zack. Genau. So. Jetzt du bist gerade. Du sollst jetzt gerade da drauf. Sehr schön. Dann kommst du hier folgend. Ne. Das bringt hier mal gar nichts. Dann machen wir jetzt noch eine ganz große. große Kiste draus. Sehr schön. So. Dann machen wir jetzt noch die Kiste hier drauf. So. Das ist jetzt wie Step by Step. So. Ja. Das könnte knapp werden. Aber es funktioniert doch so wie ich es mir vorgestellt habe. Haha. Haha. Sehr schön. Sehr schön. So. Wie kommen wir jetzt da hoch? Alles klar. Dann brauchen wir schon mal da wieder. Den Zauberer. Dass er mir das runterholt. Ah. Aha. I understand. Alles klar. Gut. Einmal Pfeil. Sehr schön. Sehr schön. Einmal Mana geholt. So. Wie komme ich jetzt am besten da hoch? So. Hallo. Sehr schön. So. Gut. Einmal. Ah. V. Ähm. Hallo. Schwingst du mit dich mal? Gescheit. Madame. So. Sehr schön. Gut. Gut. Ah. 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 Das war für die Katz. Ah. Sehr schön. Sehr schön. Wupp. Ah. Das ist noch blöder. Ah. Doch. Ah. Mana. Sehr schön. Oh. Gesundheit aufgenommen. Plus Erfahrung. Gut. Gibt es da unten noch was? Gibt es überhaupt da? Ne. Da gibt es gar nichts. Okay. Dann geht es weiter. Ah. Alles klar. I understand. I understand. I understand. Gut. So. Dann brauche ich wieder den Magi jetzt. Dass er mir einmal hier macht. So. Dann brauche ich noch das hier oben. Sehr schön. So. Und das wird jetzt halt knapp. Ne knappe Geschichte. So. Ja. Das kann ich nicht runter. Das habe ich mir fast gedacht, dass es nicht runter geht. Aber so. Ah. Ich habe eine Idee. Ich meine, vielleicht muss ich jetzt den Diebin opfern. Aber ich habe den Mana-Punkt. Das ist schon mal positiv. Da habe ich mir gedacht, dass ich dich opfern muss. Aber egal. So. Wo. Ne. Nein. Oh. Oh. So. Wie komme ich jetzt zurück? So. Ich glaube, da vorne war doch ein Checkpoint. Wenn ich mich nicht ehren tue. So. Komm. Du gehst da vor. Sehr schön. So. Ich will mal gucken, ob da jetzt nochmal der Checkpoint war. Da war doch ein Checkpoint. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Da vorne. Okay. So. Das können wir jetzt so machen mal. Genau. Wunderbar. Ich brauche nämlich die Diebin. Also ich will sicher gehen, dass ich sie habe. Deswegen laufe ich auch nochmal zum Checkpoint. Weil wenn wir zum Checkpoint gehen, bekomme ich alle Charaktere wieder. Aber auch wenn es zur Hälfte nur die Energie dann ist. Nein. Aua. 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 Das war dummli dumm dumm. Dümmer geht es mal wieder nicht von Davy. So. Das reicht so. So. Dann nehmen wir das da. Das genau. Ähm. Nein. Ich will es anders da haben. Ah. Verdammt. So passt schon mir eher. So. Das wird lockerflockig da hochkommen. So. Dann können wir hier hoch jetzt. Rüm. Rüm. Bum. Aua. So. Okay. Oh. Wow. Das war knapp. Das war ordentlich knapp. So. Da oben gibt es auch gar nichts mehr. Und jetzt kommt bestimmt ein Gegner. Habe ich mir fast gedacht. Aua. So. Hm. Reicht es nicht. So geht es sterben. Aua. Muss es sein. Ach. Komm schon. So. Ah. Verdammt. 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 Ey. Bin ich dumm? Sehr schön. Geht doch. So. Nein. Ich wollte eigentlich die Dieben behalten. Dass wir die Peitsche benutzen. Hochkommen. Hm. Ah. Hm. Ha. Das war so knapp mal wieder. So. Was geht hier? Ah. Hallo. Checkpoint. Nein. Ah. Verdammt. Gut. Okay. Was geht jetzt hier? Für eine Party? Mhm. Alles klar. Ich verstehe. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Was ist dein Problem Skelett? Hast du irgendwelche Probleme? Hä? Bub. Komm. Komm. Hier. Hier. Spiel die Musik. Geh sterben. So. Jetzt pausch die Magie einmal. So. Kann ich bestimmt hier unten drunter? Nein. Das ist nix. Was bringt mir das eigentlich? Ist das jetzt ein schweres Gewicht, dass es hier runterkommt oder was? Einfach nur? Da habe ich mir fast gedacht. Okay. Ein schweres Gewicht. Okay. Alles klar. Und was ist jetzt? Geht es jetzt wieder hoch? Wenn ich das jetzt... Ah. Okay. I understand. Okay. Das ist einfach nur zum runterholen. Alles klar. Also nichts besonderes. Aha. Ist da oben was noch? Ich glaube eher nicht. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Nai a. Sauber. Das ist eine schöne Falle. So. Aua. Gut, dann nehmen wir halt mal wieder dich hier. Komm, geh sterben. Hallo? Ups, ich bin in die falsche Richtung. Meine Güte, mach ich wieder. Ah, scheiß Dreck. Nein. So. Schnell wechseln. Nein. Pupp. Zu hoch. Yes. Checkpoint. 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 Ultimativer. Checkpoint. So. Das machen wir hier hin. So, geh mal nuff. Sehr schön. So. Muss ich das jetzt hier runter machen? Ne, das bringt mir gar nichts. Das muss ich eher da rein machen. So, dann brauche ich wieder eine Kiste. Alles klar. Ich verstehe das Prinzip jetzt langsam. So. Nein, nein. Ein bisschen weiter runter. Kann ich das nicht so reindrücken? Okay. So, so wollte ich es haben. Genau. So, einmal Erfahrungspunkte Oh, war das knapp. Einmal öffnen. Hoffen wir mal, dass wir was Sinnvolles wieder drin haben. Mana Fiole gefunden. Ja, das ist wirklich sinnvoll, glaube ich. Ja, ja. Spinner. Was du nicht willst. Ach. Komm schon. So. Oh. Wow. Nein. Ich will den... So. Einmal. Zack. Geh sterben. Gut. So. Einmal wieder dich hier. Ja. Genau. Wunderbar. Das klappt doch schon mal wie geschmiert. Die ganzen Action hier. Okay. Das ist ein schnelles Arbeiten. I understand. I understand. So. Und dann muss ich schnell, obwohl ich arbeite mit ihr. So. Komm. Zack. Ah. Oh. Nein, nein, nein. Genau. Au. Das ging dick in die Hose. War nicht irgendwo ein Ding. Nee, ich war keiner. Okay. Alles klar. So. Oh, nee. Jetzt bin ich nur noch mal im Zauberer. Oh, ist das dumm. Ist das dumm. Da muss ich wohl ganz runter, dass die wieder kommen. Sehr schön. Weil sonst geht es... Nein. Was soll die Scheiße? So. Geht doch. Meine Güte. So, jetzt aber. So, geht doch. Gut, ich glaube, das kann ich halt wirklich kaputt machen, oder? Glaube ich, hä? Da muss ich halt den... Ja. Die Erfahrung muss ich leider sehen, sensen lassen. Schaut euch das an. Es muss das Grab sein. Ja, du hast recht. Das ist das Grab des Hüters. Es hat überall Inschriften. Ich brauche Zeit, sie zu entschlüsseln. Dann entschlüsse sie mal, mein lieber Zauberer. Und wir beenden somit das nächste Level. Volver-Volver-Code-Meister. Als der Zauberer die Inschriften entschlüsselte, tauchten Legenden von Artefakten auf. Es waren einmal drei Hüter, die jeder ein Artefakt beschützten. Der Trine war ein Artefakt der Seele und der Gerechtigkeit, sowie Katalysator guter Kräfte, die schweigend geholfen haben, junge, gutherzige Zauberer in der Astral-Akademie aufzuziehen. Die beiden verbliebenen Artefakte wurden nur flüchtig erwähnt. Das zweite Artefakt, dem man Verstand und Macht zuschrieb, wurde in dem großen Schloss in der Mitte des Königreiches gelagert. Alles klärchen. Dann machen wir uns aufs nächste Level, der Drachenfriedhof. Es macht jetzt alles Sinn. Unsere Seelen sind mit dem Artefakt verflochten und unser körperliches Dasein ist das einfache Abbild unserer Seele. Ich bekomme von diesem ganzen Kämpfen Hunger. Warum hörst du mir nicht zu? Das ist Aufregung. Wir müssen schnell zum Schloss. Und dies ist der Weg. Drachenfriedhof. Wir gehen da entlang, wo anstelle von fremden Skeletten große liegen. Was werden wir tun, wenn sie lebendig werden? Es ist der schnellste Weg zum Schloss. Vertrauen. Der war doch cool, der Kill. Hihihi. Ne, aber guckt euch die Grafik an. Ich finde die wunderschön gemacht. Für ein Indie-Game sieht das echt atemberaubend aus. So, das haben wir gemeistert. Gut, hier war jetzt nichts mehr. Wir sind im Drachenfriedhof und es sieht wirklich genial aus, wie der Regen hier runterplätschert. Wow! Das war dumm von mir. So, okay. So, dann... Aua! Nein! Was geht, ey? Das war unfair. Alter. So, geh sterben. So, gut. Dann hole ich mich so mal hoch. Nein! Das ging in die Hose. Oh, komm. Nimm den Schwung. Kleine! Nein! Das ging doch auch in die Hose, aber so können wir es auch machen. Gut. Checkpoint. Haben wir wenigstens wieder Energie. So, okay. Alles klar. Komm her. Bam, 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 bam. Erfahrung Gesundheitstrang. Das ist doch optimal. So, wie kriege ich dich jetzt hier kaputt? So. Ich habe gedacht, es wird jetzt komplizierter, dass ich die Mana kriege. So, gut. Dann nehmen wir den Zauberer mal, dass wir uns die Arbeit hier einfacher machen. Machen eine Kiste. Genau. Und die Kiste stoppen wir wieder hier rein. Sehr schön. Wunderbar. Gold! Kann es hier weitergehen. Oh, super. Da steht er schon wieder. Der Freak. Aha. Aua. Sehr schön. Yo. Das ist atemberaubend gerade. Wie komme ich jetzt hier am besten schnell hoch? So, komm. So, komm. Ja, wunderbar. Und die Truhe noch zum Öffnen. Beinschützer gefunden. Und Levelaufstieg. Oh, schade. So, Levelaufstieg. Was tun wir mit Verstärken? Gut. Tun wir mal dich hier verstärken. Übernehmen. Sehr schön. Was kann man hier? Das tun wir auch mal übernehmen. Dafür bauen wir zwei. Und was ist hier? Da geht keiner. Gut. Können wir irgendwie Invertar? Was haben wir? Ah, alles klar. Die tun sich automatisch. Ah, die gehen automatisch rein. Die Dinger, wo wir sammeln. Alles klar. Ich verstehe jetzt. Okay, und das sind die Fertigkeiten. Alles klar. Jetzt verstehe ich das. Alles klar. Ich habe das noch nie verstanden. Aber jetzt kapiere ich es. Auf eine Art und Weise. Sehr cool. So. Einmal der Zauberer, bitte. So. Nach vorne. Nach vorne. Nach vorne. Schön. Ja, ja. Nein. Nein. Das ist ja bitter gewesen. So, komm. Zack. Gut, komm. So. Yo. So. Ich will die Mana haben. Ich bin Mana geil. Ich bin Mana geil. Gib mir die Mana. Nein. Ach. So, geht doch. So, wie komme ich jetzt da rüber am besten? Na, so er. Gut. Wunderbar. Funktioniert. Das funktioniert doch mal prächtig. Pramissimo. Yo. Super. Und da geht es tief runter. Ich habe gedacht, ja, da gibt es vielleicht einen kleinen Abstieg. Wo es bestimmt irgendwas mal wieder gibt oder sowas. Aber nein. Nein. Es geht einfach mal ganz tief. Paar Meter in die Tiefe. So. Ah, nächster Checkpoint schon. Das ist aber komisch. So, komm. Komm her. Boing. Komm, 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 komm. Komm her. Sei brav. Geh. Geh sterben. Geh sterben. Hallo? Da gehen sie down. Alter, geh down. Komm, geh down. So. Ja, das sind zwei. Yo. Und dahinten kommen auch welche. Mit dem Schild. Die Drecksäcke. Super. Wie mache ich das jetzt? Aha. Alles klar. Was ist das? Aha. Okay. Was für eine interessante Fertigkeit. Okay. Interessant. Ja, okay. So, mach mal dich mal kaputt. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Verdammt. So, dankeschön, dass ich wieder Energie habe. Und jetzt mache ich das Ding hier mal auf. Dass der andere mich nicht sieht. Und mich nicht stört. Blanke für Zauberer gefunden. So, gut. So, das machen wir mal mit dir, Dickerche. So, und das machen wir dann mit der Diebin. Sehr schön. Gut. Oh, wow. Das wird jetzt was. Wie, wie kann ich jetzt? Ah, ah, okay. Erstmal die Erfahrungspunkte holen. Wichtig, wichtig, wichtig. So, wie komme ich jetzt da rüber? Zack. Komm. Ja, das will ich jetzt nicht so. Nein. Ah. Ah, verdammt. Ah. Ah. Ja, ja. Ah, schade. Alter. Jetzt verliere ich wieder fast die ganze Energie. So, wie komme ich jetzt hier raus? So, erstmal. Ne, das kriege ich nichts hier. Schade. Das wäre schön gewesen. Hm. Ich kann es nur mit der Diebin machen. Ja, wunderbar. Geht doch. So, sehr schön. Meine wunderschöne Diebin bleibt jetzt da oben. Ah, super. So. Sehr schön. Gut, ich weiß halt jetzt nicht, ob es da unten was gibt. Ja, es gibt was da. Ha, ich habe es gesehen. So, aber die Mana will ich noch haben, bevor ich da runter gehe jetzt. So, gut. So, einmal Mana-Trank. Okay, da gibt es nur Stachel. Stacheli. Aua, 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 aua. Nein, nein. Ach. Super. Wow. Das ist halt jetzt blöd, eh. Wenn wir jetzt die Diebin, könnten wir da oben rumkrabbeln. Aber nee, wir müssen uns hier ganz schwer die ganze Sache machen. Und der Dicke kommt ja bis dahin ja nicht. Das war ja klar. Aha. Und da gibt es Energie da oben. Aber ich hole jetzt mir die Diebin zurück. Sehr schön. So, komm. Gut. Ach, da geht es ja. Da geht es schön down. Oh. Na, verdammt. Wow. 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 Das war knapp. So, komm. Sehr schön. So, gut. Komm her. So, greif jetzt schön. Sehr schön. Große Gesundheitstrank. Ah, nein. Ah, nein. Okay, das muss man... Nein. Verdammt. Ich mache ja auch gerade den Ultrablödsinn. So, Zauberer, bitte. So, einmal Kiste. Nein. Du bleibst oben drauf, bitte. Sehr schön. So. Ach. Geht doch. Geht doch. So, einmal öffnen, bitte. Was gibt es für wunderschön? Es sind Giftflasche gefunden. Aha. Für was denn es wohl nützlich sein mag? So, was geht ihr? Ihr habt Probleme mit mir, oder was? So, geht's sterben. Ja. Na. So, was geht? So, wie kriege ich dich jetzt hier? Das wird wieder ein expliziter... Naja. Hallo? Okay, muss ich dich so abschießen, oder was? Oder ich habe eine Idee. So, habe ich mir fast gedacht. Dass wir das so machen, Mische. So, gut. Hoch mit dir. So, jetzt brauche ich wieder die Diebchen. Hallo? Warum... Ach so, kannst du nicht da oben hingreifen? Ach, wie blöd, ey. So, dann mach mal eine riesige Kiste wieder, bitte. Danke. Nein, nicht runterfallen. Oben bleiben. So. So, fein. So, jetzt ein bisschen weiter rüber. Dass es vom Abstand her reicht. Nein. So, geh sterben. Sehr schön. So. Du gehst... Aua. So, sterbe. Dankeschön. Aha. Interessant. Jo. Hallo? Greif. So. Und jetzt mal einmal eine richtige Schwingung machen. So. Hüfte Zauberer, bitte. Hallo? Greif jetzt da oben. So. Sehr schön. Das hast du aber fein gemacht. So. Wenn wir diesen Checkpoint hier erreicht haben, werde ich hier mit dem Part beenden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. bei Trine, Uncharted Edition. Euer Davy. Schöner Abend noch. Tschüssi. Kowski.